Ja, guten Morgen Leute, willkommen zum Spiel Quiz de Italia Silber Edition, ja auch wieder sehr sehr einfache Platin, kostet 2,49 pro Stack, kein Crossball, ihr kennt es ja, kein 8 mal gestackt werden, PS4, PS5, EU, US-Version, Asien-Version und Japan-Version. Ja, äh, das Spiel hat 34 Silbertrophäen und ne Platin, was wir bei 35 Trophäen anbelangen, kann auch, das ist ein Unterschied, entweder 34, 35, 36 in Dreh, ich hab das leider nicht immer im Kopf, äh, aber klar kann man ja mitnehmen, ne? So, äh, fangen wir mal an, also hier müssen wir da, x Kreis, äh, durchzippeln, 1000 Punkte und natürlich auch, äh, 105 Falsche, 105 Richtige erreichen, sollte kein Problem sein, ist mehr schneller gemacht, unter 1 Minute, PS5-Version, PS4-Version braucht werden immer ein bisschen länger, über 1 Minute, also 3 Sekunden, macht er jetzt. Ah, Schottklar, Ticken, ah, geil. Ja, dann, sag ich mal, es zum nächsten Mal.